Beginnend mit Schloss Königshain öffnen ab diesem Wochenende schrittweise die Museen des Schlesisch-Oberlausitzer Museumsverbundes. Das Schloss, in dem zurzeit eine Stipendiatenausstellung zu sehen ist, kann ab Samstag täglich von 15 bis 21 Uhr besichtigt werden. Am 2. Juni folgt das Dorfmuseum Markersdorf, am 5. Juni das Ackerbürgermuseum Reichenbach und am 16. Juni Schloss Kroppnitz. Das Granit-Abbau-Museum Königshain bleibt in diesem Jahr aus baulichen Gründen weiterhin geschlossen. Auch das Barockschloss Rammenau kann ab dem Wochenende wieder täglich von 10 bis 18 Uhr besichtigt werden. Voraussetzung ist in allen Fällen eine Voranmeldung bzw. das Buchen eines Online-Tickets sowie der Nachweis eines tagesaktuellen negativen Corona-Tests. Weitere Informationen gibt es unter www.shop.schlösserland-sachsen.de sowie www.museum-oberlausitz.de www.shop.schlösserland-sachsen.de Untertitelung des ZDF, 2020